hallo liebe youtuber ganz herzlich willkommen im neuen video es weihnachtet und zu unserer schönen weihnachts außendeko die wir gemacht haben die wird übrigens total oft fotografiert haben wir natürlich überlegt wie lösen wir hier unser thema dass hier nicht so viele personen auf einmal wegen corona und abstand in den laden kommen und wir waren also ganz fleißig und haben hier deutliche markierungen gemacht und damit unsere lieben kunden ja genug platz haben und aber auch wissen wo sie sich hinstellen sollen haben wir die theke kleiner gebaut und haben hier stellplätze vergeben und wenn die kunden dann so mittendrin stehen dann können wir auch schön sagen gehen sie doch bitte auf platz nummer eins oder nummer zwei und dann können wir die kunden hier wunderbar parken das ist ganz klasse und dann waren wir noch so fleißig und haben jetzt auch der stellplatz nummer drei und wir haben stundenlang unseren kerzenschrank eingeräumt und haben alles ganz toll nach farben nach größen ich will den nicht hochheben der biegt sich jetzt der ist also so schwer aber wir haben jetzt die die schönsten kerzen in allen farben natürlich alles durchgefärbte kerzen und auch mit diesem sicherheitsblättchen also man kann sich jetzt bei uns austoben und damit die vielen bestellungen die wir jetzt auch schon haben der stapel damit die namen nicht sichtbar sind habe ich die mal abgedeckt es ist alles super organisiert und wir haben hier total aufgeräumt und richtig durch geputzt also das weihnachtliche thema kann beginnen und heute gibt es auch schon wieder ein schönes weihnachtliches werkstück aber dazu gehen wir mal in richtung bindebereich unsere theke haben wir auch umgebaut und wir haben jetzt hier eine schöne kleine theke und wie floristen so sind unseren spritzschutz den haben wir selbst gebaut ist ja klar und ich habe diese schönen hohen gläser da habe ich schon ein video gemacht letzte weihnachten da haben wir diese hohen gläser damit schönen noch mit schönen weihnachtskugeln verziert und was ganz ganz toll ist und diese lichterketten diese mit einer schnur die sind also sehr sehr natürlich nämlich nur diesen draht und in dem video habe ich auch gezeigt wie man dieses batterienkästchen so schön versteckt da mache ich noch mal einen kleinen link in die video beschreibung dazu also oben ist der link dazu das ist auch ein sehr schönes video und man kann dieses glas natürlich auch ganz toll auf dem boden stellen oder ans fenster und diese schönen lichterketten die wurden auch vielfach schon nachgefragt auch die versende ich da bin ich ganz gut bestückt weil die sehr sehr begehrt waren letztes jahr aber das war nur ein kleiner ausflug zu der neuen theke und jetzt geht es endlich in den arbeitsbereich weil jetzt geht es nämlich los mit dem nächsten video diese lichterkette ich zeige es mal kurz für die kamera mit der schnur ja so sieht die aus und die hat ja noch so eine schöne besonderheit die geht nicht nur mit einem an und aus schalter an und aus sondern die hat auch einen timer und wenn man den schalter dann so mittig macht das ist die stellung für den timer dann ist diese lichterkette 6 stunden an und 18 stunden aus das heißt also wenn man die auf timer stellt dann kann man immer schön im dämmerlicht ja ich sage mal gegen 17 uhr würde die angehen und gegen 23 uhr ausgehen und das ist ein herrlicher automatismus so dass man das so richtig schönes stimmungsvolles licht zu hause hat und diese lichterketten lassen sich noch für viel mehr verwenden halt da kommt noch viel in den videos aber ich musste das noch mal kurz gezeigt haben weil ich totaler fan von diesen speziellen lichterketten bin die auch für mich unheimlich schwierig zu bekommen waren sehr viel gesucht habe mir die von weiter schicken lassen weil die gab es nicht hier in der umgebung auch nicht in deutschland aber es bleibt mein geheimnis wie schon wie schon im eingangs gesehen habe ich schöne rinden gefunden bekommen ja im großmarkt und aus diesen schönen rinden möchte ich gerne ein windlicht machen und das soll natürlich dann weihnachtlich sein und ich habe da schon wieder so richtig tolle ideen hier habe ich ein hübsches glas eine schöne kerze also ich habe dann tolle sachen zusammen gesammelt dieses glas soll dann am schluss in diesen jahr in dieser umrundung der strohrömer stehen und um eine schöne feste basis zu erhalten gehe ich jetzt erstmal her und klebe die strohrömer aufeinander ja die haben jeweils eine runde seite und eine seite die so ein bisschen flach ist da braucht man also gar nicht so viel heißkleber und geht her macht heißkleber drauf drückt schön fest an heißkleber trocknet ja auch ruckzuck das geht das geht echt fix und so eine heißklebepistole bekommst du ja auch wie ich so oft sagt schon zum sehr fairen preis bei floristik 24 und das mit leimstiften das ist eine tolle geschichte man kann natürlich auch drahten weil manche sagen heißkleber ist plastik ja heißkleber ist plastik aber es geht natürlich viel viel schneller als drahten und so ein bisschen eine frage der zeit ob man was man nimmt zum fixieren und drahten dauert natürlich viel länger heißkleber ist auch super auf den fingern und kleiner ausflug so zu einer anderen arbeit ich habe ja in dem anderen video den schönen zapfen adventskranz gezeigt da haben wir innen drin um nur so eine kleinigkeit zu verraten auch die strohrömer aufeinander geklebt und den haben schon haben schon viele haben diese anleitung gebucht die die ganz ausführliche anleitung die anderthalb stunden geht auf floristik punkt kochi punkt net also meine plattform wo ich dieses diese schulungsvideos diese ausführlichen eingestellt habe und wir verschicken ihn sogar auch ins ausland es geht sogar ein kranz nach luxemburg es geht einer nach frankreich also dieser adventskranz lässt sich auch ganz toll als geschenk für liebe freunde familie lässt sich auch sehr gut verschicken also auch das ist möglich oder du buchst das schulungsvideo wie du ihn selber machst aber das ist jetzt so ein kleiner hinweis da stecken natürlich auch strohrömer drunter und die haben wir jetzt schön fest aneinander gemacht sieht also die wackeln nicht mehr und damit diese strohrömer schön verkleidet werden habe ich kranzwickel band das ist also ein schönes tannengrünes stoffband und dieses stoffband wickele ich jetzt um diese strohrömer haben die haben also gerade so die größe dass ich die rolle durch bekomme ansonsten ansonsten wäre das schwierig so und dann wirklich erst mal diese diese stelle diese strohrömer mit dem kranzwickel band so dass die eben nicht mehr so gelb sind und nach stroh aussehen sondern dass die schön grün sind und dann blinzelt auch nicht mehr so dieses stroh durch so ich habe gerade die frage bekommen man könnte ja im grunde genommen auch ein paar meter von dieser rolle abwickeln und hätte da nicht mehr die rolle von dem kranzwickel band aber es lässt sich natürlich mit einer rolle viel besser wickeln weil ich kann die rolle als festes ja als festes teilnehmen und habe dann auch einen schönen zug den ich mit dieser rolle ausüben kann und deswegen egal ob wir mit draht wickeln oder mit jetzt mit diesem kranzwickel band wir wickeln immer am liebsten von der rolle und ich wickele auch tatsächlich jetzt noch mal ein zweites mal drüber damit ich von diesem hellen stroh nichts durchschimmern sehe dann ist es von der optik her perfekt weil ich möchte ich möchte tatsächlich dass die basis schön dunkel ist und die basis ist immer was weiß ich gern ich verstecke immer gern die technik ich brauche keiner sehen und deswegen ist es perfekt wenn dann wenn man mit ja wenn man quasi mit zwei umrundungen wenn man doppelt gewickelt hat so dann kann man das ganz wickel band abschneiden und ich würde den wenn ich hier so ein bisschen so umdrehe einmal ein knicke und hier kann ich auch mit einem draht krampen kann ich auch mit einem draht krampen dieses kranzwickel band feststecken nicht unten feststecken weil sonst habe ich den draht wieder auf dem tisch aber so geht es doch wunderbar und jetzt habe ich schon eine ganz tolle basis diese basis möchte ich aber jetzt gern mit mit moos gestalten innen würde ich jetzt kein moos nehmen weil dann passt nämlich mein glas nicht mehr rein ja und ich habe das jetzt genauso gestaltet dass von der abmessung her das glas gut reinpasst und wenn ich innen moos drumrum machen würde dann bräuchte ich ein kleineres glas und ich wollte eigentlich diese schöne kerze da rein machen und deswegen habe ich diese abmessung ganz bewusst gewählt und auch hier ist wieder die frage wenn ich wenn ich wickele ich nehme jetzt nicht die den wickel draht weil er hat dieses große holzstück sondern ich nehme jetzt den mürtendraht der diese kleine schöne spule hat und mit dieser spule kann ich dann kann ich schöner wickeln und einfacher weil diese dieses kleine rollchen ganz einfach viel leichter durch diese durch die lücke geht von meinem von meinen strohrömern durch die öffnung ich nehme den mürtendraht und wickele den wieder einmal fest mache natürlich das ende ab weil das müsste ich sonst nachher fast suchen und auch so ein grüner mürtendraht den sieht keiner mehr auf dem moos der eignet sich also sehr sehr gut um dieses moos fest zu wickeln theoretisch könnte ich auch kleben also ich habe in den kanal kommentaren waren die bemerkungen mikroplastik vermeiden man soll doch lieber ja draht nehmen ja kann man durchaus nehmen jetzt sind es gehen beide varianten mit draht ist natürlich so ich kann das danach besser wieder auflösen und auch mit wenigen wickelungen mit dem mit dem draht lässt sich das moos ja sehr sehr gut fixieren es ist also eine arbeit die auch ganz ganz fix von der hand geht und mit wo man es recht einfach machen kann also deswegen mache ich bewusst dieses mal also vielen dank ich lese eure kommentare ich höre euch allen auch gut zu ich beantworte auch kommentare wie ihr merkt es tun auch nicht alle die floristik anleitungen veröffentlichen es ist für mich auch immer interessant auch das zu hören aber ja ich bin da sehr interessiert wie das alles bei euch ankommt und macht mir auch gedanken über euer feedback und finde durchaus ja man kann das auch natürlich mit draht wickeln und vermeidet dadurch ja auch die verwendung von plastik und ich bin ja auch durchaus immer auf dem trip dass ich plastik vermeide dass ich die plastik einsetze von den pflanzen den gärtnern zurückbringe zum wiederverwenden als ich tue da auch ziemlich viel und versuche dass das wir nicht so viel von diesen einweg sachen immer wegwerfen und ja dass das die sachen die man da gut verwenden kann dass die einfach wieder benutzt werden auch daran arbeite ich permanent das tun auch nicht alle und ich möchte eigentlich auch nicht so gern dass meine gelben säcke permanent überquellen so während ich das erzähle entsteht meine arbeit zumindest schon und ich wirklich ihr das moos beim moos wickeln mal weg vom thema plastik moos wickeln achte ich darauf dass oben dass das moos schön seitlich ist weil da möchte ich ja dann meine rinden die muss ich allerdings dann doch wieder kleben das ist einfacher weil drahten ist dann doch ein bisschen schwierig aus dem ganz einfachen grund ich kann nicht alle rinden ringsum festhalten und drahten sondern ich habe nur zwei hände und da muss ich doch tatsächlich dann einfach die die rinden kleben und dadurch fixieren also wir brauchen so oder so brauchen wir doch heißkleber oder wenn man tragen würde dann würde man müsste man diese rinden stücke immer mit draht ja umrunden und man würde den draht außen sehen und ich glaube meine kunden würden es nicht so schön finden wenn diese rinde voller draht stücke wäre und insofern ja brauchen wir da wieder kleber also es ist doch eine interessante diskussion das ganze und es lässt sich also nicht überall vermeiden und wir wollen ja auch eine schöne optik haben wenn du deine arbeiten zu hause jedes jahr wieder auftrennen willst und dir das nichts ausmacht kannst du durchaus auch drahten und ich kann das ja auch gleich mal zeigen wie das aussehen würde ja dann hat man auch mal version a und version b das ist gar kein problem aber da wir es verkaufen muss es natürlich auch schön sein jetzt haben wir unseren unseren ganz körper der ist jetzt schön gewickelt hier ist überall moos das ist wunderbar dann haben wir natürlich das gleiche thema wie immer wir müssen den draht müssen eine schlaufe machen das heißt ich gehe mit dem finger in die schlaufe gehe wieder dahin zurück wo ich gerade herkomme und habe mit der anderen seite das draht ende und verdreht es einfach miteinander so der draht ist also fixiert und zum thema draht fixiert muss ich natürlich auch den draht an der rolle von dem myrten draht das draht ende fixieren weil wenn der einmal auf springt dann kann ich den leider überhaupt nicht mehr benutzen bisschen sauber machen muss ich auch zwischendurch und jetzt geht es an die rinden stücke die rinden stücke das ist mir jetzt eigentlich zu hoch man braucht auch eine schöne höhe wie man daran sieht rinden stücke müssen jetzt nicht alle gleich lang sein die hat eigentlich schon ganz schöne teile und damit ich jetzt in die richtigen stücke bekommen steige ich einfach mal kurz drauf das vereinfacht die ganze geschichte und ich fange an mit den kleineren stücken das finde ich eigentlich ganz hübsch und klebe die rinden stücke mit heißkleber am moos fest da braucht man viel heißkleber und man muss auch gut festdrücken am moos das muss man sehr gut fixieren weil ansonsten fallen die rinden stücke einfach wieder ab von dem moos eine sehr schöne abwechslung zwischen den rinden stücken ist es wenn man wirken wirken stämmchen ja und schöne kleine bürgen erst stücke toll ist es natürlich wenn die moment ich muss mal kurz meine erste schere holen kleinen augenblick so das bürgen stückchen das hätte ich eigentlich ganz gern in der gleichen höhe wie die rinde ist mir mit der kleinen mit der kleinen gartenschere doch etwas zu anstrengend zum schneiden und dann wird auch dieses erst stück gut mit heißkleber benetzt und dazwischen geklebt genau heißt lieber nicht auf die hände machen das nächste rinden stück so die letzte lücke die ist relativ breit ich habe jetzt also rundum schöne schöne stücke und ich habe jetzt dann einfach ein breiteres bürgen stück auch mal gesucht dass ich natürlich auch mit meiner gartenschere wieder überhaupt nicht durchschneiden kann kleiner trick wenn man alleine ist man nimmt einfach das stück das man schneiden wird zwischen die knie und knackig ist sie ja so das stück das man schneiden wird zwischen die knie und schon geht das dann natürlich dass man halten und schneiden kann und ich suche mir immer die schönere seite aus die ist eigentlich schön hell und dann soll natürlich die schönste seite der bürge nach außen sein diese diese rinden stücke haben alle so eine kleine ja vom baumstamm so eine kleine neigung und das ist auch gut so weil die sollen auch rundum ist immer schön an meinen kranz passen ich habe bei einem rinden stück sogar weil das schöner ist die innenseite die am baumstamm ist benutzt weil es einfach schöner war als die außenseite ich habe hier auf einem anderen stück habe ich ein stück birkenrinde genommen ja also ich habe auch wirklich verschiedene rinden genommen und verschiedene stücke die müssen gar nicht alle ganz gleich aussehen dass dieser kranz also interessant ist und lebendig und man kann den ruhig jeden tag ein stückchen drehen und hat dann einfach eine andere außenansicht das finde ich finde ich wunderbar so meine rinden kiste hat ausgedient und jetzt geht es an die deko das heißt die kiste kommt jetzt mal weg ich habe natürlich schöne weihnachtliche dekoration vorbereitet damit ich hier damit ich hier gut arbeiten kann muss ich trotzdem erstmal ganz schnell meinen tisch sauber machen und dann geht es weiter ich stelle jetzt mal zur probe mein glas rein es passt jetzt also wunderbar rein das wackelt auch nicht mehr das ist jetzt perfekt ausgemessen und eine schöne deko als deko brauche ich jetzt ein bisschen rinde gestrüpp natur und ich habe hier getrocknete birke die lege ich einfach rein und ich glaube da braucht man wirklich gar nicht viel weniger ist oft mehr und das schöne ist ja auch also birken wirkenstücke birkenreisig es ist alles von der birke dabei damit auch anderes andere formen drin sind habe ich noch spinosa nennen wir das das sind auch so natürliche stücke das einzige worauf man aufpassen muss bei dieser arbeit ist dass die die natürlichen die natürlichen teile ja diese trockenen gestrüppteile dass die nicht an die kerze gehen ja weil die brennen natürlich wunderbar und und wenn ich jetzt die kerze hier brennen lassen und hier so ein stückchen guckt hier rein das darf natürlich nicht sein dann wollen wir das ganze natürlich weihnachtlich machen das heißt ich lege ich lege kugeln ich lege kugeln rein ich lege die zum teil auch unter die zweige vielleicht auch zwei kugeln ganz nah beieinander was ich sehr sehr schön finde zu diesen naturtönen sind orangenscheiben die stelle ich rein braucht man eigentlich gar nicht festkleben weil die so schön so schön halten ich wollte mal probieren wie es aussieht mit nüsschen und zapfen und damit es ein bisschen abwechslung ist wollte ich auch mal ein paar kleinere kugeln mit einfügen aber was mir was mir unglaublich gut gefällt und was hier eine ganz tolle farbe rein bringt das sind tatsächlich die orangenscheiben die finde ich sehr sehr schön und sowohl zwischen den rindenstücken und dem mooskranz als auch innen so dass man von von jeder ansicht wenn man den diesen kranz sieht dass man also diese orangen stücke auch sehen kann und wir haben so schön die birke geschnitten und haben hier so ganz tolle rückschnitt stücke und auch die lege ich rein und dann habe ich immer so eine schöne schnittstelle und da da mache ich dann mit einem tubser halskleber sternchen fest ja das gefällt mir sehr gut mit diesen birkenstücken stücken die man noch verwenden kann und ich hatte noch über kokossterne nachgedacht aber ich finde eigentlich der kranz braucht gar keine kokossterne mehr es ist er ist so schön gefüllt und so natürlich dass wir eigentlich dass ich bin so ein bisschen vielleicht noch ein kleines sternchen mal auf so einem seitlichen ast aber ich würde ihn mit deko nicht mehr überladen ja es ist es ist genug deko drauf er sieht ganz toll aus so und ich würde auch nicht mehr viel dazu machen ein paar goldene kügelchen aber es reicht eigentlich so an deko dann kommt natürlich noch das i tüpfelchen der ganzen geschichte wenn die kerze weiter runter gebrannt ist und du würdest sie gern würde hätte es gern dass sie höher kommt dann kannst du einfach mit sand wenn du keinen sand hast dann kauf einfach vogelsand ja den kann man auch gut nehmen der kostet nicht viel und dann kannst du mit sand das glas füllen und kannst es dann höher stellen so dass die kerze automatisch höher kommt und kannst sie hier wunderbar rein dekorieren und jetzt kommt noch das i tüpfelchen was natürlich wunderschön ist wenn wenn der kranz wenn die kerze nicht an ist und zwar jetzt kommt natürlich noch die tolle deko das habe ich die letzten jahre auch im laden angeboten in dem das ist wieder die lichter kette mit schnur die einfach ganz locker lässig reingelegt und egal ob die kerze brennt oder nicht brennt es ist es ist ein hingucker mit der lichter kette und dass das das kästchen für die lichter kette das kann man super verstecken das habe ich in dem video gezeigt mit dem hohen glas da kommt dann das filz säckchen zum einsatz und ich denke wir machen jetzt nochmal das licht aus damit man ganz toll damit man so richtig schön diese diese tolle weihnachtliche arbeit sehen kann diesen schönen rindenkranz mit seiner glänzenden deko mit den tollen lichtern von der lichter kette ich glaube das ist ein wirkliches highlight auf der weihnachtstafel ich habe ihn bewusst mit einer kerze mal gemacht größer geht immer aber das format ist ja so schon nicht ganz klein da die rinden ja so schön auftragen das war für heute mein video mit einem rindenkranz heute mal was anderes ganz in creme gold elegant natürlich mit diesen schönen birkenstücken und ich hoffe sehr dass dir mein video gefallen hat und ich freue mich auch über kommentare und likes anregungen und wie ihr seht nehme ich die anregung gerne auf und ich freue mich wenn du weiter dabei bleibt und mich weiter empfiehlst alles liebe und bis ganz bald deine margit und ich freue mich auch über die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020